Best for Soil – Organische Substanz im Boden – Humus Hallo, mein Name ist Alfred Grant. In diesem Best for Soil-Video bieten wir eine Einführung in das Thema organische Substanz im Boden und wie Sie diese organische Substanz in Ihrem Feld schützen und vermehren können. Am Ende des Videos finden Sie weitere Informationen zu diesen Themen. Bitte beachten Sie auch die anderen Best for Soil-Videos. Über Kompost und andere Themen rund um die Bodengesundheit. Die organische Bodensubstanz besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff. Sie wird durch die Komponenten im Boden definiert, die aus pflanzlichen und tierischen Rückständen in verschiedenen Zersetzungsphasen stammen. Auf den meisten Ackerflächen in Europa liegt der Gehalt an organischer Substanz im Boden zwischen 1% und 6%. Je kühler das Klima und der Boden, desto mehr organische Substanzen sind im Boden zu finden. Daher können in Nordeuropa höhere Humusgehälter nachgewiesen werden als in Südeuropa. Der Humusgehalt im Boden hat einen enormen Einfluss auf die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens und damit auch auf die verschiedenen Bodenfunktionen. Vor diesem Hintergrund spielt die organische Substanz des Bodens eine wichtige Rolle für Boden, Landwirte, Gesellschaft, Umwelt und Klima. Einer der physischen Vorteile des Humus im Boden ist die Aggregatsstabilität, die zu einer reduzierten Verkrustung, einer verbesserten Wasserinfiltration sowie Porenraum und Luftverteilung führt. Auch die Wasserspreicherkapazität wird durch die Erhöhung des Gehalts an organischen Stoffen im Boden verbessert. Diese Eigenschaften sind äußerst wichtig, wenn wir das zunehmende Auftreten von außergewöhnlichen Wetterereignissen mit wechselndem Klima berücksichtigen. Zu den Vorteilen in der Zunahme des Humusgehalts im Boden auf der Grundlage der chemischen Eigenschaften gehört eine höhere Kationenaustauschkapazität. Das ist die Fähigkeit des Bodens, wichtige Nährstoffe anzuziehen und zu speichern. Im Allgemeinen führt dies zu einer dynamischeren Nährstoffverfügbarkeit der Pflanzen. Eine der wichtigsten Eigenschaften des organischen Materials im Boden ist, dass es Bodenorganismen unterstützt, was letztlich dem Landwirt zugutekommt. Organische Substanz ist Nahrung für die Mikroben, die eine Zunahme der mikrobiellen Aktivität verursachen, die für die Kontrolle von bodenbürtigen Krankheiten am wichtigsten ist. Aber die organische Substanz des Bodens ist auch ein Lebensraum, der dazu beiträgt, die Vielfalt der Bodenmikroben zu erhöhen. Der Einfluss der organischen Substanz des Bodens auf die verschiedenen Bodeneigenschaften führt zu einer Verringerung der Belastung der Pflanzen, einer erhöhten Bodenwiderstandsfähigkeit und der Fähigkeit des Bodens, die verschiedenen Bodenfunktionen auch unter schwierigen Bedingungen wie Dürre, Starkregen usw. zu erfüllen. Neben all den physikalischen, chemischen und biologischen Auswirkungen kann ein ansteigender Humusgehalt im Boden dazu beitragen, den Klimawandel zu mildern. Es erhöht die Fähigkeit der Böden, Kohlenstoff zu binden. Welche Methoden gelten als die effektivsten, um einerseits Verluste an organischem Material im Boden zu vermeiden und andererseits die organische Substanz im Boden zu erhalten oder sogar zu erhöhen? Wie können wir nicht nur den vorhandenen Humus im Boden schützen, sondern auch neue organische Stoffe in den Boden aufnehmen? Bevor wir weitergehen, überprüfen Sie die Humusbilanz, um Ihre Strategie zu wählen. Sie können das mit Hilfe des Factsheets vom Best for Soil berechnen. Es gibt grundsätzlich drei Arten von organischen Bodenstoffen. Leichtlösliche, stabile und mäßig stabile organische Stoffe. Jeder Typ hat seine eigenen Funktionen. Alle sind sie wichtig. Wenn wir uns um Humus kümmern wollen, ist es einfacher, den vorhandenen Humus zu schützen, als neue organische Masse im Boden zu schaffen. Bei der Bodenbearbeitung wird Sauerstoff in den Boden eingebracht und die mikrobielle Aktivität beschleunigt. Mikroben ernähren sich von der organischen Substanz und geben Kohlendioxid an die Luft ab. Obwohl dies Teil eines natürlichen Kreislaufs und eine wichtige Ressource für Pflanzen ist, ist eine übermäßige Wiederholung dieses Prozesses nicht notwendig und führt zur Reduzierung der organischen Substanz im Boden. Ein weiterer Weg, auf dem organische Bodenstoffe verloren gehen, ist die Erosion. Wenn Oberboden durch Wind und Wasser vom Feld verloren geht, verflüchtigen sich auch erhebliche Mengen an organischer Bodenmasse. Auch die Entfernung aller Pflanzenrückstände aus dem Feld wirkt sich auf die Menge an organischer Masse aus, da sie den Boden vor Erosion schützen und dem Boden frische organische Substanz zuführen. Daher ist es wichtig, die Bodenbearbeitung zu optimieren, die Bodenerosion zu reduzieren und Pflanzenrückstände auf das Feld zurückzuführen, um den Humusgehalt zu erhöhen und den Verlust an organischem Material im Boden zu stoppen. Verschiedene Methoden können helfen, die Menge an organischer Substanz im Boden auf unseren Feldern zu erhöhen. Eine der besten Methoden ist es, die Bodenoberfläche mit lebenden Pflanzen bedeckt zu halten. Dies kann durch eine vielfältige Fruchtfolge und den Einsatz von Zwischenfruchtmischungen erreicht werden. Wenn möglich, eignen sich mehrjährige Leguminosen wie Klee und Luzerne oder Mischungen aus Gras und Klee am besten, um die organische Substanz des Bodens zu erhöhen oder zu erhalten. Eine weitere Methode ist das Aufbringen von organischer Substanz auf das Feld. Kompost, Festmist, organischer Dünger und Bodenverbesserungen können angewendet werden, aber auch neuere Materialien wie zum Beispiel Biokohle können einen signifikanten und schnellen Einfluss auf die Erhöhung der organischen Bodenmasse auf den Feldern haben. Biokohle ist Holzkohle, die durch Pyrolyse von organischen Abfällen entsteht. Sie ist reich an Kohlenstoff und stabil im Boden, wo sie über Jahrhunderte hinweg intakt bleibt. Die Haltung von Vieh auf dem Feld zur Beweidung von Zwischenfrüchten oder mehrjährigen Kulturen trägt ebenfalls dazu bei, den Gehalt an organischer Substanz im Boden zu erhöhen. Berücksichtigen Sie die Art der Ressourcen, die Sie wählen. Verschiedene Pflanzenarten beeinflussen die Zusammensetzung der organischen Substanz unterschiedlich. Sie können beispielsweise zwischen holzigen und nicht holzigen Arten wählen, um entweder den Gehalt an leicht löslichen oder stabilen organischen Stoffen zu erhöhen. Die Erhöhung des Anteils an organischer Substanz im Boden auf einem Feld ist ein langfristiger Prozess, der viel Know-how und Erfahrung erfordert. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie die Best for Soil Website, wo Sie zusätzliche und weiterführende Informationen in unseren Factsheets finden. Das ist eine Art der Ressourcen, die Sie die Best for Soil Website finden.